Musik 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 Berühren, berühren, berühren Berühren Und so weiter. Und jetzt wechseln Ok Beine, arbeite, arbeite, arbeite Schneller, schneller, schneller Musik Und jetzt Maximal schnell Musik Das ist nicht arbeite Diese Übung In dieser Kadenz Bitte, los Zurück, zurück, zurück Ich habe Arme auf Rücken Und ich versuche mit Beinarbeit zu verhindern Zusatzmöglichkeit Komm einmal Wenn es möglich ist, dass er zu nahe kommt Dann darf ich schnell Nur schnell Nicht faul Nicht schlagen Nur wieder Distanz Komm einmal Gut, gut, gut Sehr gut Sehr gut Wenn er kommt Und er ist da Und ich bleibe jetzt stehen Und mache so Falsch Nie, nie Nach vorne Weil G, G1 gegen 1 Sonst Top Immer Immer, komm einmal Immer zurück Und nur Distanz Immer zurück Und nur Distanz Und immer zurück Immer zurück Immer zwei Stopp, gut Gut Erste Aufgabe Wie vorhin Nie Komm einmal Ich gehe zurück Und jetzt Ich mache es Nie, nie Nach vorne Das ist immer schlecht Keine Chance gegen Täuschung Wenn man so macht Immer Immer zurück Immer zurück Zweitens Zweitens Versucht Immer Das Tempo von ihm Weg zu nehmen Nicht zu früh Gut Jetzt mal ein bisschen Richtig ist Warten Jetzt kommt er Bisschen zurück Und wenn nichts kommt Warten Kommt er wieder zurück Und wenn er auf Distanz kommt Sofort ein bisschen wegstoßen Aussen von Hut Links oder rechts Komm Übeln Gut, 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 sehr gut Sehr gut Sehr gut Super Bist du früh zurück Jetzt Nächste Aufgabe Gern mal zurück Gern mal zurück Ihr müsst so weit Offensiv Dass wenn ihr zurück kommt Ist Freistoß Bei 8 8,5 7,5 Meter Hier Foul Zu spät Hier Foul Gut Da Foul Sehr gut Neu Neu Beginnen Neu Nicht Zweikämpfe Stopp Und wieder neu Nächster Schritt Ich will nicht Ich will nicht Das Problem Als Verteidiger Dass er links Oder rechts Vorbeigehen kann Ich will Nur eine Seite Also Ich mache nicht Das Sondern Er ist Rechtshänder Ich mache das Weiter, 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 weiter Bist du viel zu flach Geh, geh, geh Bewegung Nicht stehen Nummer 18 Immer bewegen Immer gut verteidigen Nein Zurück verteidigen Stopp Bei dir Jetzt Bei dir Vorhin Problem Kommst du einmal in Angriff Ganz langsam Das ist falsch Das ist schlechtes Nein Immer Immer Jetzt Verteidigung So ist Verteidigung Nicht Und schon Keine Chance mehr Ich Heiß 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 Gut Gut Gut, 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 gut Ich bin Rechtshänder Komm Wenn ich dieses Hütchen mit der linken Hand berühren kann, kein Problem, ich werfe nicht so, ich werfe so. Wenn das möglich, super Verteidigung, schlecht das, versucht zu verhindern. 100% verboten, nur mit rechter Hand verboten, linke Hand erlaubt. Weiter. Gut, Verteidigung. Zurück verteidigen, immer zurück, zurück, zurück. Jetzt komm wieder, stopp. Jetzt warst du zu spät. Er geht. Und du bist da. Und warte. Warum? Sofort. Und wieder Arbeit. Sofort wieder Arbeit. Zurück, gut, zurück. Komm, 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 zurück. Gut. Gut, 19. Das ist Verbot. Linke Hand frei. Komm einmal. Hier. Linke Hand frei. Kein Problem. Rechte Hand frei. Problem. Mit Wurf. Und nächste Seite. Stopp, schnell. Zu Anfang, bitte korrekt. Beginn ist sieben Meter. Und ich beginne einfach. Ich und jetzt darf er. Ich gehe als Verteidiger so weit, bis er stoppen muss. Oder langsam. Gute Verteidigung. Gute Verteidigung. Gute Verteidigung. Wenn er die Bewegung ändert, beginnst du. Hopp. Jetzt. 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 Aber schnell, maximal schnell. Maximal schnell. Zwei Minuten. Schnell. Maximal schnelle Beine. 30 Sekunden. Komm, Max. Komm, 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 komm. Und halt. Und komm, bis hier, bis hier. Und zurück. Bis hier. Hey, bis hier. Ja. Und komm, 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 komm. Gut. Zurück, 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 zurück. Und komm, 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 komm. Und zurück. Nicht, wechsel. Sondern wechsel. Nur direkt und weg. Nur Sprung. Gleiche Aufgabe wie vorhin, aber jetzt mit Zuspiel von anderen Verteidigen. Komm. Gut, gut. Verteidigung. Stopp. Freistoß. Ein Freistoß ist in Ordnung. Komm. Geh, 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 geh. Gut. Na, mal ein bisschen früh. Jung, Zuspiel. Gut, 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 gut. Verteidigung Nummer 11. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Gut, gut. Und Zuspiel. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Nur ganz kleine Korrektur. Nicht Zuspiel. Nicht Club Mediterrane. Zuspiel ist immer, immer, hopp. Und Zuspiel, hopp, hopp. Handball. Und nicht da. Das ist Ferien. Immer Pass. Immer. Eine Stunde, 30 Minuten. Immer Zuspiel. Immer zurück. Und nicht blablabla. Lock. Und Pass. Und Pass. Und jeder. Eben. Das ist Handball. Komm. Und Zuspiel. Und Zuspiel. So. Verteidigung. Nommen wir vor. Zu viel gehen. Komm, 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 komm. Gut, jetzt geh, geh, zurück, zurück. Sehr gut. War optimal. Gut. Und Zuspiel. Geh, 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 geh. Gut, lass. Gut, 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 gut. Gut. Komm raus. Komm raus. Zurück. Hey. Wo ist es bald? Also, warte, halte. Bleibe. Bleibe. Geh, geh, zurück. Nicht jetzt. Normal. Verteidigung. Komm und warten. Wenn er dort ist, ich gehe. Und wie ist hier? Und zurück. Und wenn er da ist, dann nur bis da. Pressen. Druck. Verteidigung ist aktiv. Er ist reaktiv. Nicht warten, bis er tut. Du bist Chef. Verteidiger ist Chef und sagt, bis da und nicht dort. Komm. So, jetzt geh zurück, Drat. Gut. 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 Nicht helfen. Stopp jetzt. Gib mir bald. Gib mir bald. Bleib nur weiter dort. Komm. Hopp. Lass, lass. So. Warum hin? Wie viele Spieler auf der Welt kennst du, der jetzt macht der Tor? Vielleicht Perunicic. Aber jetzt kommst du Hilfe. Komm. Komm. Jetzt zuspiel. Jetzt 100% Chance. Bleibe. Bleibe. Kein Problem. Zuspiel. Sofort. Du, ein bisschen mehr von innen. War beside. Komm. Gut zurück. Ein bisschen. Gut zurück. Gut zurück. Zurück zurück. Gut, 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 gut. Lass ihn. Gut. Zurück, zurück, zurück. Gut. Gut. Sehr gute Verteidigung. Und komm raus. Und geh zurück. Und komm raus. Komm raus. Komm raus. Lass ihn. Gut. Sehr gute Verteidigung. Komm, 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 komm. Arbeiten. Lass ihn. Lass ihn. Gut. Nicht schlecht. Und ich sag mal, ich sage mal, wir wollen im Spiel, dass der Angreifer diese Chance hat. Komm, komm, so, halt. Dieser Wurf, Arme ein bisschen oben, diese auch. So, Spielsituation, das ist möglich. Dort ist verboten. Das ist möglich. So, jetzt, Torhüter, steh dort. Jetzt gehst du da oder du stehst so. Schlecht für Torhüter ist Mitte. Weil dann Chance da und da. Du übst ganz extrem. Gehe ich in diese Position und zu. Gehe ich in diese Position und zu. Lass. Warte schnell. Warte schnell. Jetzt. Geh mal da. Jetzt winst du Wurf hier. Weiter, 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 weiter. Sechs, zwei. Sieben, zwei. Acht, zwei. Neun, zwei. Stopp. So gewinnen wir jedes Spiel. Neun, zwei. Fünfzig Angriffe. Gibt etwa zehn Tore. Das kann nicht sein. Nächster Schritt. Andere Verteidiger. Jetzt gleiche. Neun. Und jetzt voll eins gegen eins. Kommt andere Verteidiger. Egal. Und wieder mit Zuspiel zu Diagonale. Zurück. Und dann eins gegen eins. Und immer noch, wenn du gut arbeitest, dann ist vielleicht dieser Wurf möglich. Vielleicht. Wenn du sehr gut arbeitest, ist das nicht möglich. Das halbmöglich und vielleicht dieser Wurf von vorhin mögen. Du machst immer noch das gleiche. Eins. Null. Zurück. Zwei. Eins. Stopp. Jetzt machst du. Zurück. Noch einmal. Komm, 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 komm. Zwei. Eins. Komm zurück. Nicht zu früh. Nicht zu früh. Gut. Guter Wurf. Drei, zwei. Weiter. Pass. Gut. Vier, zwei. Und Zuspiel. Komm, raus. Zwölf. Raus. Geh. Fünf, zwei. Kann nicht sein, dass das Tor geht. Gut. Weiter. Du zurück. Sechs, zwei. Sagst du danke deinem Torhüter. Komm, rein. Zuspiel. Rückspiel. Gleiche. Wenn ihr das Gefühl habt im Angriff, schade, schlechte Ausgangslage. Nicht gut. Nicht zu gut. Dann könnt ihr zurück. Und noch einmal zuspielen. Und noch einmal. Ihr habt zwei Chancen. Wenn erste Chance. Gut. Okay. Wenn nicht, dann zweite Chance. Neunmal. Mal schauen, wie viel Prozent. So, verteidigt. Komm. Zurück. Zurück. Verteidigt. Eins. Null. Komm hier. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Bewege. Bewege. Gute Hand. Nehmen den Ball. 2-0. Komm. Bewege. Bewege. Nicht zu früh. Nicht zu früh. Zurück. Noch einmal. Noch einmal. Warte. Jetzt. Und zurück. 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 Lass ihn. Lass ihn. Das kann nicht Tor sein. 3-0. Komm hier. Zurück. 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 Drei Stoß. Gut. Verteidigung. Und Zuspiel. 4-0. Komm. 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 Zurück. 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 Jetzt Freistoß. 5-0. Und hier. Komm. Komm. Zuspiel. Bewege dich. Bewege dich. Bewege dich. Zurück. Lass ihn. Gut. 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 Torhüter. 6-0. Achtung. Ball. Stopp. Gut. Ball. Ball. Noch einmal. Und los. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. Behindre ihn. 7-1. Okay. Komm weiter. Zurück. Beinarbeit. Beinarbeit. 8-1. Gut. Jetzt kommst du noch einmal. Ja. Sehr gut. Gut. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. Rass ihn. Lass ihn. Lass ihn. Rass ihn. Lass ihn.iejuk. Rass ihn. Lass ihn. орbeidiget. Wir geändert.